einen schönen guten tag und willkommen zurück zu star wars jedi night 2 jedi outcast so da mache ich da weiter wo ich letztes mal aufgehört habe mit dem vierten level artus mine abschnitt b ja die abschnitte sind dazu da halt wegen der konsumfassung halt man hat große levels zwischendurch meinen zwei oder drei abschnitte aufgeteilt was ich okay finde so dann würde ich sagen geht es jetzt rein in der action also mein ziel ist es eine einrichtung wurde erfolgreich infiltriert störung der minen operation so keil ist jetzt dabei die minen operation hier zu stören von den hinterbliebenen einmal schild tanken und sagt gut wuki gewäß voll jetzt kommt sogar noch das erste sturmtruppler meine güte das ist jetzt noch mehr ok beide haben sich gegenseitig erschossen ja komm level neu starten zack die die Na, geh doch kaputt hier. Boah, da ist ja noch einer. Weg mit dir. Meine Güte, ne. Ah, kann ich sogar noch mal auffüllen. Ne, ich kann nicht mehr zurück, okay. Gut zu wissen. Ah, okay. Okay, ich habe jetzt zwei Versorgungsschlüssel. Ne, sonst ist hier gar nichts. Ah, verdammt. Ach, nein. Ah, du Drecksling. Ich will wieder... Da oben ist fast. Ah, welchen? Okay, der Aufzug kommt. Ah, okay. Okay. Äh, ich glaube, ich muss noch was gucken. Äh, was ist hier? Nein. Ah, muss ich gedrückt halten? Okay. Gut. Das war so nicht geplant. Ah, komm schon. Kann doch nicht wahr nicht sein. Meine Güte, ne. Mein Gott. Der Kai schießt Windsturmtruppler auch. So, ist alle. Nein. Okay. Ich weiß nicht genau, aber unsere könnte die nächste sein. Sind es die Rebellen? Wahrscheinlich. Wir sollten also die Waffen bereithalten. Wer ist da? Aha! Okay, jetzt haben die mich gesehen. Na? Wo ist da noch einer? Na? Ne, gut. So, ich habe schon mal ein paar Sachen schon mal weggemacht. Einmal speichern. Weil, äh, freiespeichern zählt. Da oben ist noch einer. Kann ich durchschießen? Nein. So. Schilder? Okay, hier komme ich nicht weiter. Okay, hier sind Kristalle. So. Ne, oder? Ne. Okay, hier geht's weiter. Okay, hier geht's weiter. Okay, okay. Echt jetzt? Nur weil ich an der Kante stand? Das ist echt eine Bestrafung. Okay, irgendwo oben war noch einer. Ja gut, wenn er weg ist. Ah, herrlich. Wo ist er hingegangen? Okay, das hat sich schnell erledigt. Was war denn das? Na? Okay, ne, da will ich nicht reinspringen. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Oh. 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 Oh, wie viele? Ach, nicht neu starten. Äh. Spiel laden. Okay, nur noch der da oben. Ah. So. Okay. 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 Ich denke mal hier einmal zu viel speichern. Wäre ja nicht verkehrt. Okay. 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 Das geht da hin. party voller pausenraum hier voller pausenraum soo okei Runterspringen? Ne, ich spring da noch nicht runter. So, hier weiß ich, da kommt gleich jede Menge. Da speichere ich einmal. Ja, nämlich das hier. Boah, wie viele sind da? Für den Bagdad-Tank, okay. Okay. Wo kommst du auch vor, Meier? Ach, hier. Ach so, eine kaputte R2-Einheit. Okay, verstehe. Okay, okay, dann gehe ich wieder raus. Okay, mal schauen, was hier ist. Ah, echt jetzt? Ah, unfassbar. So, hier ist der Bagdad-Tank. Will ich den überhaupt haben? Ach so, ich bin ja. Oh, das ist der Bagdad. Oh, der Gab Thomann. Oh, der Gab! 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 Oh! Okay, dann schiesse ich doch lieber mit alternativen Feuer. Wer war das? Okay, auf jeden Fall... ...ist der Ausgang wiesse ich viel besser. So, okay. Das würde mich noch einmal interessieren, aber da speichere ich lieber hier ab. Äh... ...zack, zack. Okay, jetzt sollst du warten. Okay, äh... ...hätte ich mir auch sparen können. Jetzt wird das Ding wieder betangen. Ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Äh... ...dafür lade ich das nochmal. Da ist böse. Okay. Was, hier komme ich einfach nur so rein? Warte mal. Hm? Ich hab auf jeden Fall Leute gehört Okay, Batterie Oh Wo kommt die auf einmal her? Voll die Falle Aber Ich glaub, das hat sich so garantiert Zwei Bagda Ne, vier Bagda-Tanks oder so Ja, voll Wow, 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 wow Sieht aus wie eine Verladestation Nur ohne Verladung Wo wir die Schienen wohl führen? Okay, ja, wohin führen die Schienen? Das ist eine gute Frage Auf die Schienen? Ich weiß nicht, ob man so drauf gehen kann Das wird einmal ausprobiert Wahrscheinlich sterb ich oder so Ja, ah, so wie ich es mir gedacht habe Ah ne, in der Suppe sterb ich auch Okay So, macht ja nix Ne, äh, nicht, äh Es heißt ja nicht umsonst hier probieren Geht nur noch studieren So, ich brauch auf jeden Fall den Verlader So, ich weiß nicht umsonst hier Meine Güte, ne? Ah, ich weiß nicht, ob ich da reinkommen kann So, ich weiß nicht umsonst hier So, du Konktoide. Ich bin ein bisschen jetzt überfragt. Warte mal, ich möchte noch was ausprobieren. Da brauche ich das eine gefechtigt machen. Vielleicht muss ich doch auf die Transportgeschichte drauf. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich bin jetzt ein bisschen am rumrätseln. Okay, ich kann nicht so hoch springen. Und da will ich rein. Das heißt, ich muss einen Weg finden, auf so ein Teil drauf zu kommen. Ach ja, okay. Ich hoffe, das geht so, wie ich es mir gedacht habe. Schafft er noch nicht, Manns. Da oben ist noch was. Ich bin dann niemals... Nee, schau. Ich bin dann aber auch... Ich bin dann... Ich bin dann... Hm. So, komm ich hier überhaupt rein? Ne. Das heißt, ich muss irgendwie auf diese Einheit drauf kommen? Aber diese Frage ist natürlich, wie? So, ich speichere hier nochmal einmal ab. Ich warte, bis es einmal rot wird und dann gehe ich rein. Oh, jetzt schnurthals. Uh. Okay, jetzt habe ich hier die Einheit kaputt gemacht. Ah, erstmal drauf kommen wieder. Aber wie komme ich hier raus? Okay. So, einmal warten. So, zack. Okay, was habe ich hier? Ja, ich speichere einmal. Man weiß ja nicht. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ja. Gut. Mienarbeiter. Ach, geht kaputt. Okay, das sind irgendwelche kleinen Krabbelviecher. Ne? Ne? Geh kaputt. Boah, da ist ja noch eins. Geh kaputt. Okay, kann ich erst mal zur Seite legen. Okay, kann ich erst mal zur Seite legen. Okay, da oben ist eine. Wow, das sind ja aber jede Menge von denen. Okay, lästig. Okay, neue Batterie. Was ist denn das? Sieht aus, als würden die hinterbliebenen Sklavenarbeit einsetzen. Okay. Die hinterbliebenen setzen Sklaven ein für die Abbaumission. Was ist das? 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 Okay. Oh, da ist noch einer. Ah, verstehe. Wie ich da runterkommen kann. Gut. Ja, bevor ich mal den Sprung hier verkackt. So. So. Das ist noch nicht gut. Okay. So weit gesichert alles. So weit gesichert. So weit gesichert alles. сер kadar gesichert. Okay. Ich hab da noch so zwei, drei Leute oben da oben. Perfekt. So. Weißen Sie sich aus? Nö. Nö, nö. Weißen Sie sich aus? Nein. Okay. Nö. Nö. Okay, ohne offiziell sind die wie aufgeschreckte Hühner. Okay. Okay, ich brauche einen Zugangsschlüssel. Ah, okay, ein Bagdad-Tank. Okay, hier kann ich was machen. Will ich noch nicht. Gut, dann einmal... Okay. 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 Guck dann eben den ganzen Abschnitt von vorne nochmal nach oben. So... So, du bist auch fertig. Perfekt. Dann nochmal eben fix die Blaster einsammeln. Na, hoppala. Okay, hoppala. So... So, du bist weg. Perfekt. So... So, Bactatanks, Munition. Gut, das kennt man ja. Ähm... Speicher einmal ab. So, das heißt jetzt muss ich zu dem Verladerhof. Jan, dieser Ort stürzt gleich ein. Wenn ich keinen Weg hier raus finde, musst du Hilfe holen. Wer da? Mach das du da rauskommst, Kai. Mach das du da rauskommst, Kai. Komm. Konsequenz nur daneben. Okay, hier würde ich gerne... Okay. Okay. Batterie... Dann... 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 Ah, okay. Ah, Verladestation steht da. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Okay, ich würde dann sagen, ja, das war's dann auch wieder fürs Erste. Das nächste Mal geht es dann weiter mit dem Arthus-Gefängnis. Ansonsten, wie gehabt, war's das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.